Dann wollen wir mal sehen, was hier weiter geht. Übrigens hat gestern nach dem Let's Play mein... Das sind ja... ...Menschen. ...Controller. Direkt aufgegeben, nachdem ich Schluss gesagt hatte. Das ist die dunkle Seite von Shinra. Das ist wirklich nicht so schön. Geben die noch? Was machen die da? Cloud? Ja bitte? Es geht ab. Wie kann... ...Mann, was sollte das... ...Mann, was sollte das... ...Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Oh, was denken wir denn nach, Cloud? Nehmen wir auch mit. Cloud? Hast du gut gemacht. Ähm, Katzi jetzt, oder? Ja. Der Missverständnis... Ach, ich bin... ... immer noch. Damit... ...Ske... ...Kümmere dich... ...um Wedge. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Ab oben auf dem Pfeiler... ...mit Jessie und Bix geredet. Sie sind zurück beim Planeten. Aber wir... ...brauchen sie doch hier. Oh, Mama Barrett. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns ans liefert sein. Ziemlich schwer. Der Witch. Tja, was meint ihr? Wird es noch ein Happy End geben? Mit Bix und Jessie und so? Also ich habe auch gedacht, Wedge sei tot. Hm. Tja, die Wetten werden noch angenommen. Hm. Mal kurz was beantworten. Danke. Wir schulden ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Moment. Hm. Hm. Elmira? Wir... Wir müssen Aeris befreien. Nicht schon wieder das. In einem Geheimlabor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Aeris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volkes niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Aber? Ich brauche... etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Das war ja nicht sehr viel Ruhe, Cloud. Allerlei Entscheidungen. Wir gehen mal hoch. Gucken, was hier passiert. Wir waren ja schon mal ganz am Anfang. Wir haben uns die Blumen angeguckt und so. Ja. Aber anscheinend bin ich jetzt hier falsch. Dann gehen wir wieder runter. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Mann, wenn ich überlege, wie lange ich dieses Spiel schon spiele. Schon anscheinend lang. Dann kam ich hier raus. Hier komme ich gar nicht rein. Dann kam ich hier her, wa? Ja. Die knacken. Gut. Gehen wir runter. Das Spiel möchte, dass ich runtergehe. Also gehe ich runter. La 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 la. No? No, no, no. Auch in die Küche. Auch nicht. Nicht. Mensch, das hätte so einfach sein können. Ich hätte einfach gleich rausgehen können. Mann, die machen es jetzt aber auch links oder rechts? Links. Warte. Tiefer. Muss gehen. Ich schnecke hier so vor mich hin. Wir können sich kleines bisschen weniger realistisch und dafür ein bisschen schneller bewegen. Wenn ihr mich fragt. Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh. Hab ich dich geweckt? Ja. Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Aris? Oh. Oh. Sie ist aber schon lange hier jetzt. Sie steht für ein Wiedersehen. Nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Tja. Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Tja. Da kann man dich jetzt aber schon mal trösten, Cloud. Wie. Unsere Heimat. Und jetzt bin ich ganz schnell aufz. Wann natürlich. Wann ist's? Wann ist's? Wann. Wann. Wann? Wann. Wann? Claude, du tust mir weh. Tut mir leid, aber heulen macht jetzt auch nichts besser. Wenn es dir hilft. Danke. Das war ein wirklich total trauriger Letztes Place, kann ich ja das sagen. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Claude hat recht. Eris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es... Bitte, rettet meine Tochter. Entschuldigt. Papa! Hi, Marlene. Gehst du weg? Natürlich. Was denn sonst? War er denn auch jemals da, während wir spielen? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa... Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschränken. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschränken. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschränken. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschränken. Ja? Nein. 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 Geh ihr helfen. Das mache ich. Äh... Okay. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Jetzt niedlich die Geschichte. Ich warte hier. Mit den riesen Papps. Und den Mini-Mädchen. Ja? Barret! Ja? Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aeris zu retten. Na dann. Auf geht's. Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle... Ja? Aber ich hätte jetzt gerne ein Eis. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich... Hey, Leute! Alle mal herhören! Ich muss so schnell nicht kommen. Da kann ich mir auch mitreden. In ihrer wilden Zerstörungswut hat die Gruppierung Avalanche. Reaktor 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch diese Möchtegern-Öko-Krieger haben kein blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem... Hängen diese Verbrecher nuckelt am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es! Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil! 5 Gil macht das! Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Mako. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen! Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht auf Bäumen! Wir arbeiten nicht für Wutai! Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen! Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins. Unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme was wolle. Das Feuer in uns brennt weiter. Ja. Aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barret, wach auf. Die Leute... ...haben Angst. Durch den Sturz der Platte benötigen viele Menschen in den Slums deine Hilfe. Wenn du das Shinra-Gebäude einmal betreten hast, kannst du ihn jedoch nicht mehr zur Hand gehen. Versuche also vorher möglichst viele Aufträge zu erledigen. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten sehen, sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Wir unterbrechen mit neuen Informationen zum Kappen. Wir sind bestimmt hier nicht. Ein solcher Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenden Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank! Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt drei Tiere. Sie heißen Koko, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke! Koko, Rollo und Momo. Du kannst nun in Chocobo-Kutschen schnell zwischen verschiedenen Zielpunkten hin- und herreisen. Ach was, das ist ja cool. Finde im Auftrag Chocobo. Suche weitere Chocobos, um zusätzliche Zielpunkte freizuschalten. Untersuche den Fahrplan an einer Chocobo-Haltestelle oder rede mit einem Mitarbeiter, um in einer Chocobo-Kutsche mitzufahren. Ja, ist ja super. Okay. Okay. Ähm. Äh, dazu habe ich gerade meine Eingel. Ich raste auch nicht so. Richtig. Aber das ist wahrscheinlich der Zuckersatz. Ist natürlich nicht so schlecht. Aber jetzt will ich erst mal die Chocoboos finden. Und dann sehen wir weiter. Wir können Rollo, Momo und das andere Fische nicht alleine in der Kälte lassen. Ja, wisst ihr auch, ich bin so ein Tierfreund. Ist eigentlich das Mikro laut genug? Ich habe neulich mal reingeguckt. Und meine Stimme ist ganz schön leise, oder? So geht das auch noch ein bisschen schneller? Ja. Schauen wir mal. Vögelchen. Vögelchen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich will nicht so viele Aufträge machen, weil ich gerne mit der Hauptstory vorankommen möchte. Aufräumen, Arbeiten und so, so kleine Quests, das interessiert mich nicht so sehr bei diesem Spiel. Mich interessiert die Story. Und wenn euch das nicht gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Noch bin ich ja nicht im Shinra-Gebäude. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir einmal da und gehen jetzt nicht mehr zurück. Und das heißt, ich werde dann die aufräumen. Ich will nicht drüber reden. Ich will ein Hühnchen finden. Ist es dieses? Hä? Das geht nicht. Ich wollte ein Hühnchen finden. Dank, dass ihr euch um unsere Ausreißer kümmert. Aus einer Seitenstraße von Sektor 5 soll ein verzweifeltes GEDRUNGEN sein. An der eingestürzten Schnellstraße wurde wohl ein Chocobo gesehen. An der Kirche will jemand eine gelbe Feder gefunden haben. Mehr habe ich leider nicht für euch. Ich hoffe trotzdem, dass euch das bei der Suche hilft. Tja. So. Eigentlich nicht. Was für ein Ding? Kirche? Gott. Das habe ich jetzt davon. Wo bin ich? Wo bin ich? Entschuldigt bitte. Ich frage mich, wo ich bin. Wo ich hin soll. Ja, habe ich doch gerade. Informationsgewinnung. Achso, nein. Ich will jetzt das Hühnchen finden. Ja, da würde ich gerne hängen. Das habe ich noch überhaupt gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Ja. Ich spiele es ja auch erst seit 100 Jahren. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Das ist ziemlich cool. Das bringt mir jetzt auch nichts, aber ziemlich cool. Ah. Wow. Das bringt mir auch nichts. Gut. Hasis. Ich werde mal jetzt hier noch ein bisschen dämlich rumlaufen. In der Hoffnung, dass ich durch Zufall auf irgendwas stoße, das mir weiterhilft. Und dann speichere ich und suche mir ein paar Hühnchen. Und dann hole ich euch wieder ab. Was haltet ihr davon? Bis bald. Nicht. Gut. Gut. Nicht. енно. Nicht. Nicht. Untertitelung des ZDF, 2020